Denn dann hätten die nur noch eine und wären schon ziemlich, ziemlich schwächer. Oh, fuck, jetzt auch nicht, die kommen alle zu uns. Naja, gut, erstmal ein bisschen Gewürzgeisere einnehmen. Kriegen wir nochmal ein bisschen mehr Geld. 5000 pro Minute. Also in Echtzeit bekommen will, ist also eigentlich nicht schlecht. Wie sieht's da aus? Okay, wir haben gewonnen. Nein, haben wir nicht. Oh, fuck. Oh, fuck. Na, aber der sollte eigentlich nicht mitkommen. Der sollte eigentlich die Stadtbeschützen auf. Fuck. Okay, ja, unsere Stadt ist ziemlich im Arsch. Ähm. So, da kann direkt wieder ein neues Geschütze. Die alten Geschütze kommen weg, die verwirren eigentlich nur. Ähm. Ja. Hm, scheiße. Die greifen uns von allen Seiten an, ey. Oh, da kommen, oh, scheiße, die kommen alle zu uns. Oh, fuck it. Alle zu denen, ey. Aber sowas von. Ach, du Scheiße. Okay, dann mach ich gleich, denk ich mal, die Fähigkeit, mach dann, äh, Fahrzeuge vorübergehend unverwundbar. Oh, scheiße. Ist das aber auch ein Kack, ey. Ah, okay, unsere Hauptdinge dürfen wir auf jeden Fall. Bringt mir das jetzt irgendwas? Ah. Bäh. Scheiße hat's das gebracht. Oh, fuck it. Das hat's gebracht. Okay. Hm. Also, weg. Weg, weg. Können wir nochmal neu bauen. Super, ey. Haben alles in den Arsch gemacht hier. Scheißviecher. Okay, also da bringen die Geschütze uns gar nichts. Da können wir die lieber hier irgendwie an den Seiten machen. So, das kann auch weg. Äh. So, was hatten wir denn da? Hatten wir da das? Ich glaub schon. Dann war das, glaub ich, so. Dann hatten wir da auch noch sowas. Ja, kann sein, weiß ich nicht genau. Okay, also diese Fähigkeit, die ist also schon mal nicht schlecht. Also ein Viech bleibt wieder hier. Und der Rest kommt mit und macht diese gelbenen Arsch, Alter. Was sind das für Homos? Also, ähm. Okay. Erstmal nehmen wir dieses Ding ein. Damit die Schirm wir nicht einnehmen. Erstmal ein bisschen beleidigen hier. Also, da steht schon. Nehmen wir kurz Pause. Ähm. Da stehen die ganzen Minuspunkte und Pluspunkte. Und wie sich das auswirkt. Und zwar sehen wir bei denen. Du bist eine militärische Nation. Das sagt uns schon mal, minus 20, äh, minus 20. Ist bis jetzt bei fast jedem. So, deine Nation ist zu groß. Die haben also Schiss vor uns ein bisschen. Deine Grenzen sind zu eng, eng gesetzt. Das heißt, die sind, weil wir so nah aneinander sind. Dann, du bist eine Bedrohung für uns. Also, die haben auch nochmal ein bisschen Schiss. Und dann hast du uns angegriffen und deine Beleidigungen. Das sind alles so Minuspunkte. Das kann bei, oh fuck. Das kann bei den anderen schon ganz anders aussehen. Können wir jetzt leider nicht nachgucken. Naja, egal. Ähm. Ich bin mal kurz aus Essen. Man sieht sich gleich. Ja, Leute. Da bin ich auch wieder. Und, ähm, ja. Ich glaub, wir waren dabei, die Gelben zu vernichten. Hab ich, glaub ich, noch so im Hinterkopf. Ähm, es stockt wieder ein wenig. Scheiße. Ähm, na, kann man nichts machen. 7700 die Minute. Ja, das ist auch ein bisschen was. Auf jeden Fall. Ähm, okay. Da kommt schon unsere angerollt. Ähm. Achso, Trenzhaus. Genau. Na gut. Wie auch immer. Ähm. Ich. Wollte, glaub ich. Oder? Ich muss mal ein... Einmal gucken. Ja, okay. Nee. 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 Ist egal. Weil der, äh... Der Pfeil sich hier so gedreht hatte. Deswegen dachte ich... Da könnte vielleicht was sein wegen... Äh, weil... Weil der Planet... Planet ja rund ist und... Deswegen dachte ich, dass das vielleicht irgendwie zusammenhängt oder so. Äh, I don't know. Hätte ja sein können. Oh, da kommt schon wieder so scheiße viele. Oh, fuck. Und das können wir nicht mehr einsetzen. Oh, nein. Fuck it. Ähm. Die alle... Können einfach mal hier hinkommen. Ja, fuck ey. Die kommen echt. Gibt's doch nicht. Warum greifen die eben alle mich an, Alter? Diese... Dein Volk stammt von Weltraumschnecken ohne Gliedmaßnack. Ja, was soll man machen, ne? Also... Ich mach mal... Ähm. Moment, kann ich schon wieder neu? Ejo. Ja, ich kann schon wieder neu. Schon wieder neu. Und unsere kann auch angegriffen werden. Fuck. Ich mach mal einfach das jetzt. Oh, fuck. Das bringt nur in ein Gebiet was. Oh, scheiße. Das gilt für alle. Ach, fuck it. Naja, da muss ich jetzt wohl irgendwie durch. Ähm. Da scheint ja auch noch irgendwas zu laufen. Ähm. Ich muss jetzt lieber zurück hier. Und die besiegen. Obwohl, jetzt kann ich auch das hier machen. Und dann... Bää. Alle auf Null. Ey, aber sowas von verdient. Naja, egal. Komm. Dann könnt ihr auch alle da bleiben. Ähm. Scheiße, wo sind die jetzt? Ach, die verkacken da sowieso schon. Ja, super. Oh, fuck. Die sind gar nicht schlecht, ey. Das hab ich bloß mit denen angefangen, ey. Wenn ich mich mit denen verbündet, ey. Naja. Gut. Komm, machen wir das nochmal. Vielleicht bringt mir das noch irgendwas. Irgendwelche Vorteile. Ja, erstmal die Geschwitze. Wieder mal. Und woher erstmal das Boot hier. Nein, nein, nein. Egal. Äh. Wir werden angegriffen. Fuck. Also, ihr merkt wahrscheinlich schon, so der richtige Stratege bin ich nicht. Habe ich ja auch schon gesagt. Kann durchaus sein, dass es hier welche gibt, die viel besser sind als ich. Also. Ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich da irgendwie gut drin wäre. So, das Gute ist, wir müssen die jetzt ja nicht immer wieder von hinten erstellen und nach da hin führen, sondern wir können die jetzt auch von hier hin. Ah, von hier vorne. Ähm, machen. Dingsen. Ihr wisst schon. Oh, da sind noch die Roten. Die machen auch irgendeinen... Irgendeinen Krawall bei uns. Äh. Ah, Mann, ist doch kacke. Treffen die die wieder nicht? Ähm. Nein, scheinen nicht so. Aber andersrum. Ja, ist klar, ne? Die haben 20. Ja, wir haben... Ach, die haben schon wieder was eingenommen. Ach du Scheiße. Ähm. Oder nein, die haben was eingenommen. Aber die, die ebenfalls. Ja, komm näher. Aber jetzt kommen die Blauen auch noch. Und mit dem Blauen... Mit dem Blauen muss ich unbedingt ein Bündnis schließen. Ähm. Ja, komm, so. Ja, das hat uns... Ja, das hat uns... Pluspunkte gebracht. Ähm. Komm, wir schenken dir immer 2000. Das hat uns nochmal Pluspunkte gebracht. Und bei dir ebenfalls. Ach nein, 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 nein. Ähm. Genau das wollte ich. So. Das und... Und nochmal 2000 verschenken. Wir haben ja eigentlich genug.